Die meistgestellte Frage in der letzten Sendung war, Telefonzentrale in Mainz, die Damen waren fix und fertig, schönen Grüße an die Damen. Paldauer ist klar, die sind nett sympathische Jungs, aber bitteschön, wo liegt eigentlich die Paldau? Weiß das jemand von Ihnen, wo liegt die Paldau? Sie vielleicht? Wo liegt die Paldau bitte? Die Paldau liegt mir am Herzen. Ja dann kann nichts mehr schief gehen. Für die Paldauer Stadtmast Nummer 1, die Doppelgewinner im Juni und Juli mit Na endlich du! Es war oft schon beinahe Liebe, es war oft ne heiße Nacht, und es hat mich oft die Sehnsucht um ein bisschen Schlaf gebracht. Doch so richtig und für immer, so endgültig und total, so verrückt und über alles, was mit dir zum ersten Mal. Na endlich du, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe, na endlich du in meinem Herz und in meiner Seele auch. Na endlich du, es tut mir gut, das Gefühl, dass wir uns gaben, denn du hast, was ich mir erträumte, und du bist alles, was ich brauch. Es war niemals ganz vollkommen, es war niemals ganz perfekt. Ich hab viel bloß mitgenommen, doch mein Herz hat sich versteckt. Nur mit dir ist alles anders, weil du für mich alles ist. Du bist absolut das Schönste, was mir je begegnet ist. Na endlich du, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe, na endlich du in meinem Herz und in meiner Seele auch. Na endlich du, es tut mir gut, das Gefühl, das wir uns gaben, denn du hast, was ich mir erträumte, und du bist alles, was ich brauch. So lange wir warten auf dich im Schatten der Liebe, und gestern, dann fühlte das Schicksal dich endlich zu mir. Na endlich du, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe, Na endlich du, in meinem Herz und in meiner Seele auch. Na endlich du, es tut mir gut. Na endlich du, die Paldauer total neu eingekleidet, denn sie wollen es noch einmal wissen. Startplatz Nummer 1, vielleicht ein drittes Mal schaffen sie den Hedrick, das ist die ganz große Frage. Danke. Vielen Dank.